Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich seinen Siemens Kaffee voller Automaten richtig entkalken kann, egal ob mit Entkalkungstabletten oder auch einem flüssigen Entkalker. Wenn du also Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal klicke ich hier rechts auf Menü, Reinigung und Pflege ist ausgewählt, weswegen ich auf OK klicke und dann muss ich hier noch einmal runter drücken, um auf Entkalken zu kommen und hier kann ich ebenfalls wieder mit OK bestätigen. Jetzt werden mir die einzelnen Schritte hier am Display auch schon angezeigt und ich muss erst einmal noch hier oben auf Start drauf drücken. Jetzt Punkt Nummer 1, Dropschale leeren. Ich entferne also den Milchstab, lege den einfach mal etwas auf die Seite und dann ziehe ich auch schon meine Dropschale hier aus dem Gerät hier raus. Danach entleere ich sie in der Spüle und gebe die leere Schale wieder in mein Gerät hinein. Als nächstes müssen wir gegebenenfalls unseren Wasserfilter aus unserem Wassertank entnehmen. Wir haben zu Hause eine Enthärtungsanlage, weswegen wir keinen Wasserfilter besitzen und aus diesem Grund kann ich jetzt mit Start das Ganze überspringen. Nun soll ich mal noch 0,5 Liter Wasser und meinen Entkalker in den Wassertank hinzuheben. Ich entnehme auf der linken Seite also mal meinen Wassertank, fülle ihn bis zur ersten Markierung hier mit 0,5 Liter lauwarmen Wasser auf und gebe hier jetzt entweder eine spezielle Entkalkungstablette einfach hinzu und warte, bis sich das Ganze hier im Wasser aufgelöst hat oder einmal 125 Milliliter von einem flüssigen Entkalker, so wie ich es jetzt mache. Danach den Wassertank von oben wieder einsetzen, mit Start bestätigen und dann einmal einen 0,5 Liter Behälter unter unseren Auslauf stellen und den Milchschlauch bzw. Stab hier hineingeben. Wenn wir das haben, können wir wieder Start drücken und jetzt wird der Entkalkungsvorgang auch schon automatisch gestartet, was jetzt einfach einige Zeit hier dauern wird. Bei mir ist die Maschine nach guten 20 Minuten jetzt auf den nächsten Schritt übergesprungen und jetzt muss ich mal den Wassertank spülen, füllen und dann wieder weiterklicken. Ich entnehme ihn also wieder, gebe etwas frisches Wasser hinzu, was ich jetzt auch anschließend gleich einmal schön ausschwenke und fülle den Behälter bis zum Strich maximal auf. Danach den vollen Tank wieder einsetzen, auf Start drücken, gegebenenfalls den Wasserfilter wieder einsetzen, bei mir passt es ja wieder, deswegen gehe ich erneut auf Start und jetzt wird nämlich die Leitung und vor allem auch die Maschine hier komplett mit frischem Wasser durchgespült. Zum Schluss kann ich den Milchstab jetzt hier herausnehmen, natürlich dann auch den Behälter hier entleeren und ich muss auch meine Dropschale noch einmal leer machen. Wenn wir das haben, gebe ich die leere Schale wieder in meine Maschine hinein. Der Entkalkungsvorgang ist auch schon abgeschlossen, den Milchstab kann ich hier auch wieder einsetzen und somit, wie gesagt, ist die Entkalkung hier auch schon bei meinem Siemens Kaffeevollautomaten richtig beendet worden und wann das übrigens immer gemacht werden muss, zeigt ja auch hier der Bildschirm immer an. Wenn du dir für zu Hause jetzt einen neuen Kaffeevollautomaten, einen flüssigen Entkalker bzw. Entkalkungstabletten oder auch einen Wasserfilter zulegen möchtest, um einfach dieses Gerät nicht mehr allzu oft entkalken zu müssen, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken erstellen, sondern relativ günstigen Preisen. Das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins flüssig und das Ding hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Dann schießen wir euch auf die Kommentare und dann schießen wir einfach die Kommentare dazu. Das war noch eine sehr hohe Qualität.